Hallo liebe Leute und willkommen zum hoffentlich letzten Kampf vom Mystic Ninja 2 Staring Goemon. Während wir hier den Teufels Todesgott bekämpfen, muss ich hier um ein Leben bangen gegen dieses Mystic, was mich ja im letzten Video schon ziemlich böse zerstört hatte. Hoffe ich, dass es diesmal etwas besser läuft, dass ich das jetzt wenigstens vernünftig hinkriege. So aber nicht. Okay, ein Stück weiter noch nach vorne, damit ich die wenigstens treffen kann. Irgendwie muss ich denen ja Schaden machen, okay, aber nicht, wenn du mit deinem Sensi ankommst. Äh, nein, so haben wir nicht gewettet, ouch. Okay, dann ziehen wir auch nur so verdammt hier ab. Na, klasse. Ah, Leute, dieser Kampf wird echt kein Zuckerschlecken, so viel steht fest. Also, wenn das noch nicht der letzte Bloss sein soll, dann kriege ich hier die Krise, glaube ich. Dagegen den zu bestehen, das ist echt nicht leicht. Zumindest wenn man nicht weiß, wie man jetzt vernünftig vorgehen muss. Okay, ich wechsle einfach mal, bevor ich von diesem Flammen, ja, tot, äh, mein Tod fürchten muss. Ich will auf jeden Fall versuchen, den irgendwie zu bezwingen, also. Gegen den habe ich ja momentan ja so meine Probleme. Während der letzte Boss ja auch am Anhieb klappte. Äh, bei denen aber ist das auch kein Wunder, der ist ja wirklich ziemlich hart. Da muss man wirklich auf alles vorbereitet sein, so gut wie. Okay, ich habe 500 Schalen gemacht, wow. Das kann von mir aus so weitergehen, ist ja doch so leicht, äh, dann, dann wird das doch ziemlich simpel. Äh, man sollte den Tag nicht von den Armen loben, so lange man nicht weiß, was der noch alle drauf hat. Weil, vorher sollte man wirklich auffassen, was er überhaupt drauf hat. Okay, er kommt wieder so angeflogen. Wahrscheinlich treffe ich ihn wieder nicht, das war so klar. Okay, aufhören bitte und jetzt irgendwie nach rechts oder so, dass ich das irgendwie, so, und, Angriff, yes. Na also, wenn das jetzt nochmal 500 abzieht, dann wird das doch ein ziemlich leichter Kampf. Wenn ich keine dummen Fehler mache, auf jeden Fall. Und wie viel sind das? Oh, das lässt sich, wow, das lässt sich auf jeden Fall schon mal so schön anblicken. Irgendwie eigentlich so das Gefühl, trotz dass, äh, der Teufels Todesgott, Oh, go, hier, man, Impact bleibt stehen. Trotz dass der Teufels Todesgott so viele HP oder Lebenspunkte hat, scheint er doch ziemlich anfällig gegen gewisse Angriffe zu sein. Äh, ja, auf jeden Fall ziemlich simpel, könnte man so sagen. Für einen letzten Boss, wenn er das wirklich schon ist, ich biete dafür, Leute. Weil, ich habe echt zu viel in diesem Spiel schon leiden müssen, vor allem in den letzten Level. Also, auf jeden Fall in dieses Schloss. Oh. Aber ich denke mal, dass Dotschuki sich wahrscheinlich auch noch uns gegenüber stellt. Es würde mich nicht wundern, wenn er es nicht tun würde. Bin ich ganz ehrlich. Also, wenn schon, dann muss der Teufel ja auch persönlich gegen uns antreten. Wenn wir ihn schon nicht einfangen können. Aber erstmal muss ich gegen diesen, ah, Sensen... Ach, du Scheiße. Sensen-Typ hier ankommen. Autsch, das war zu viel. Also, dagegen anzukommen, da habe ich echt keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Okay. Jetzt kannst du wieder so angewirbelt. Versuchen wir es mal so. Es klappt. Yeah. Mach es fertig. Go in one impact. Mach den Teufels, äh... Ja doch, Teufels, äh, Todesgott alle. Naja, die Hälfte haben wir schon bald, wenn das so weitergeht. Ah, ich hoffe, dass ich das wenigstens in diesem Video hinkriege, diesen Kampf hier zu meistern. Ich sehe, es bald gar nicht mehr wechseln. Wo gehst du mal lang links rum? Nein, bleib doch nicht stehen! Okay, ähm... Werde ich beeinigt, sonst werde ich hier weit sterben. So, gewechselt. Als wäre, dass ich das eh noch nicht so vernünftig hingekriegt habe, bei den... Ach, du Scheiße. Letzten Kämpfen, ich kriege ja Angst vor dem. Okay, das ist schon ein bisschen bitter. Was zur Hölle? Ähm... Lässt du mal Go in one impact, äh, los? Bitte? Ach, du... Okay, ähm... Das ging jetzt nicht anders. Das war jetzt Reflex, auch wenn es wahrscheinlich falsch war. Äh, das ist unfair, auf jeden Fall. Das deckt... Dass der auf jeden Fall Go in one impact auf uns hetzt. Was für ein Scheiß, Boss. Aber jetzt will er es wohl wirklich wissen. Okay, die Hälfte haben wir auf jeden Fall schon mal überstanden. Ähm, Laser kann ich wohl noch nicht einsetzen. Das blinkt noch nicht. Äh, ich meine, theoretisch könnte ich es probieren, aber... Wenn ich Pech habe, geht es sowieso daneben. Okay, jetzt wird es... Jetzt wird der Hintergrund auf einmal pink. Ähm... Ähm... Okay, ich fasse es mit, Laser. Ich habe jetzt einfach mal... Feuer? Habe ich ihn getroffen? Oder was ist jetzt passiert? Toll, den Laser habe ich jetzt abgeschossen. Ich habe ihn irgendwie auch weggefemperrt oder so. Aber... Schaden hat es nicht gemacht. Ach du Scheiße. Äh, okay. Wenigstens ist ein Todeskreisezweck. Ich glaube, das war vielleicht doch eine gute Wahl. Weil ich echt nicht wusste, was er jetzt irgendwie vorhatte. Bevor ich wirklich draufgehe, äh... Lieber auf Nummer sicher gehen. Auch wenn ich jetzt meinen Laser dafür vergeudet habe. Okay, ähm... Zeit für eine Runde wechseln. Ähm... Okay, du bleibst da stehen. Dann nimm diesen... Staffelstaben hat er nämlich. Oh, man macht... Okay, Glück gehabt. Ah, manchmal... Weiß man echt nicht, was der irgendwie tut. So, reicht das? Ja! Es reicht für den Angriff. Okay. Was kann... Was kann sich hier nur noch um Stunden handeln? Was ich diesen Kampf hier meistere? Naja, viel ist es nicht mehr. Noch etwa... Fünf Angriffe. In dieser Form und der Gegner ist besiegt. Na komm, okay. Ich darf hier wechseln. Äh... Miss Impact. Du darfst sie halten. Scheiße, sie geht weg. Na komm schon. Wunderbar. Wir haben sie geschafft zu wechseln. Oh, das Wechseln ist hier aber echt anstrengend. Momentan kann ich ja gar nicht anders, um hier überhaupt zu überleben. In welche Richtung gehst du? Rechts. Okay, da kriege ich dich. Nein, das... Äh... War scheiße. Ich... Okay, ähm... War es überhaupt richtig jetzt oben und oben? Ja. Okay, war doch richtig. Na gut. Wollen wir sicher gehen, dass ich jetzt nicht irgendwie immer die falsche Tassenkombination oder irgendwie die falsche im Kopf habe. Dass ich dann jetzt wahrscheinlich irgendwie so einen dummen Fehler mache. Das würde mir jetzt echt noch fehlen. Na, aber nicht schon wieder. Äh, okay. Goemon Impact. Ich muss ihn wieder aufhalten. Bevor wir hier richtigen Schaden bekommen. Aber ich denke mal, so viel dürfte das eigentlich jetzt gegen Impact nicht ausrechnen. Hoffe ich mal zumindest. Ich habe jetzt nicht auf seine Schadenanzeige geachtet, weil ich eigentlich... Scheiße. Oh, Mann. Jetzt habe ich hier irgendwie vor die Probleme, diese Schlagkombination hinzukriegen. Ach, komm, steh auf, du Scheißding. Ich will dich jetzt endlich vernichten. Koste es, was es wolle. Du darfst nicht mehr weiter... Oh nein, nicht schon wieder. Ähm, ja toll, du liegst am Boden. Oh, du Scheißgeist, ich kann... Das ist nicht wahr. Ja, was soll ich jetzt machen? Kann ich das überhaupt ausweichen? Ah, toll. Ja, Goemon liegt am Boden. Ich kann wahrscheinlich nichts machen, als jetzt dumm aus der Wäsche gucken und... Das Ding kann ich nicht treffen, okay? Einfach so nicht zu blocken. Ob das was bringt, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt totgeknutscht. Aber schau, wie viel es jetzt auswirkt. Kannst du auch abhauen? Nein, kannst du nicht, du Scheißding! Ah! Am meisten drehe ich mich auf das... Ah! Leute, dieser Kampf ist echt scheiße. Wir sehen uns nochmal wieder, wenn ich nochmal so viel Schaden zugefügt habe gegen dieses Scheißding. Ah! Ja, mach mich ruhig noch einmal kaputt. Ich hab's ja nicht anders verdient, wie es aussieht. Los, bringen wir's hinter uns! Scheißding, ich krieg den doch kaputt, auf jeden Fall! Also wenn ich einzeln diesen Let's Play gelernt habe, Leute, dann auf jeden Fall, dass ich gegen... Dass ich Bosse nie vorher urteilen sollte, bevor ich nie ihre Macht kenne, die sie wirklich drauf haben. So, aber jetzt werde ich sie ja hoffentlich heimzeigen können. Nachdem du mir so viel Leid zugerichtet hast, hab ich's ja jetzt mal wieder hingekriegt, wenigstens wieder ordentlich Schaden zu machen. Ja, ich musste sogar einmal, ja, einmal zwischendrin leben lassen, was ich ein bisschen scheiße fand. Aber naja, was soll's. Ich bin wenigstens noch halbwegs jetzt gut im Rennen. Und hoffe, dass ich's jetzt wenigstens diesmal hinkriege. Auch wenn ich wirklich Angst davor habe, dass er diese Todesattacke, äh, macht vor, der ich... Oder bei der ich irgendwie noch keine Lösung habe. Wie ich da jetzt dagegen angehen soll. Aber vielleicht reichen ja noch drei Angriffe, dann ist er vielleicht schon erledigt. Es hat ja nicht, kriege ich noch irgendwie einen Laser aufgefüllt, aber es wird... Nee, das... Ja, okay, ich würde sagen, das war's. Es hat ja nicht, es ist geschieden Wunder, aber... Nee, das bringt nix. Ich... Ich weiß nicht, wie ich dieses Scheißding hier loswerden soll. Ich hab versucht, es abzuschießen. Ich hab irgendwie... Ich hab alles versucht, ich hab keine Ahnung. Das Einzige, was ich wirklich versuch... Moment, ich kann doch... Okay, ich kann versuchen, irgendwie... Ach, Leute, wisst ihr was, ich mach ein Wächter? Und wenn das nicht hilft, dann hab ich eben die Arschkarte. Dann muss ich's nur mal versuchen. Bis ich's endlich mal hinkriege. Irgendwie muss das Scheißding doch irgendwie loswerden können. Wahrscheinlich knutscht mich das... Ja, toll, das ist doch dämlich. Das ist wirklich dämlich. Ha. Mir fällt dazu gerade echt nichts mehr ein. Leute, wir sehen uns wirklich gleich nochmal... Das ist echt nicht wahr. Das rieb mich grad ein bisschen auf. Ach, naja. Ja, mach mich kaputt. Bring was hinter uns. Und dann mach ich dich gleich hoffentlich fertig. So, nach all dem Leid, was du mir in dieser Aufnahme schon angetan hast, will ich einfach nur noch, dass du drauf gehst, du verdammter Scheiß. Teufels, Todesgott. Wenigstens hab ich jetzt eine halbwegs gute Methode herausgefunden, wie ich gegen seine verdammte Geister-Bismarou-Phase angehen soll. Und zwar muss ich irgendwie gucken, dass ich dadurch versuche, den Laser aufzufüllen, indem ich einfach ihn mal mit meinen Laser oder Kanonenschüssen einfach mal abschieße. Weil dadurch wird sich der Laser auf jeden Fall auffüllen. Und dadurch kann ich dann halt die Geister-Attacke auf jeden Fall abblenden. Weil ich... Ich weiß keine andere Methode. Ganz ehrlich, das ist ziemlich beschissen. Also, ich bin wirklich froh, wenn ich den hier jetzt besiegt habe. Auf jeden Fall. Dass ich den wirklich dann... Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Dass ich den dann hier wenigstens hinter mir habe. Ach du Scheiße. Er braucht sogar noch ein bisschen... Komm, hier. Nimm noch ein bisschen, damit ich wenigstens keine Angst haben muss vor dem nächsten Geisterangriff. Den du wahrscheinlich schon bald wieder planst. Obwohl, jetzt kommt wieder so ein Angriff. Ach du Scheiße. Vergiss es. Nicht mit mir. Ach gut, ich habe noch wenigstens genug Lebens... Energie für unseren Impact. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich diesen Kampf jetzt wirklich doch noch vormersin könnte. Also, wenn ich Pech habe, werde ich es wahrscheinlich vormersin, aber... Okay, jetzt kommt hier in diese Scheiß-Attacke. Kann ich das noch irgendwie abwenden? Füll dich auf, Laser, bitte. Okay, aufgefüllt. So. Ähm... Aber jetzt kommt eine andere Attacke. Okay, friss Laser. Nimm dies bitte schneller. Schlipp, 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 schlipp. Das ist jetzt... Das ist nicht wahr, Leute. Das ist nicht wahr. Ich hätte ihn haben können, diesen Scheißkerl. Oh, darf ich das... Ich habe keinen Bock mehr gegen den, bin ich ganz ehrlich. Da bringe ich mich echt noch zur Verzweiflung hier. Aber wirklich. Auf geht's. Bist deut. Das ist ein klart. Das ist ein klart.